alles gut also waren wir entstehen geblieben das kann jetzt weg das habe ich echt vergessen was ich machen wollte ich habe es echt vergessen ich muss wirklich aufhören wo haben wir dann ja noch ein bisschen zeit habe ich ich mal so viel irgendwas wollte ich noch machen vergessen ausprobieren du bist hin die ganze metallurgie dinger die muss ich austesten ob die überhaupt ob die überhaupt in den mekanischen maschinen funktionieren du bist ja jetzt hier input jawohl wird exportieren das ist sehr schön das war aus hier cool dann kann ich dich ja eigentlich wieder anschalten rein theoretisch kopf war läuft sehr schön ok ja es ist eine sache wie schnell läuft die verarbeitung ich muss jetzt so nach und nach das verarbeiten lassen ich kann also auf einmal kann ich nicht bringen ok jetzt habe ich jetzt gemacht jetzt müsste ich netz genau da war noch kuppert und also die haben einstellen kupfer ist schon eingestellt auch eingestellt das weiß ich nicht so vor salz nickel auch nicht sicher aluminium muss man auch mal gucken die ganzen metallurgie dinge ja ja scheine ohr da muss ich auch eine extra behandlung machen das war es jetzt schon wieder die reisen müsste ich noch einstellen ich habe kein eisenerz mehr silber und blei blei das war es dann auch erst einmal ich denke so kupfer zinn silber silber blei brauche ich mal so eine fuzzi karte ich weiß es gar nicht das könnte ich eigentlich mal ausprobieren und zwar ja jetzt mit blei ich habe jetzt zwei sorten blei dafür tue ich jetzt erstmal hier die die hier raus das blei und das blei reinschmeißen zinn kupfer kupfer ich bin noch anderes zeug da dran wie immer scheint ich noch silber ja ich habe nur das silber angegeben wie immer scheint brauche ich sie ne ja es wird nicht weiter eingefüllt also wird sowohl gebraucht genau ok kann wieder rausbumpen sehr schön ok jetzt schmeiß ich die entdeckere wieder an schlafen muss ich nicht gut schade da muss ich muss das ding echt feste zu mauern so ähm ja wieder an boah ähm ja ich behaupte mal es kommt nicht hinterher oder ganz nebenbei behauptet es kommt nicht hinterher ähm ich habe fast denken können also servo haben wir noch item dukt haben wir auch noch kann ich eigentlich jeden servo da dran hängen den ich habe schon schon scheiße aussehen ähm ok das heißt ich kann hier noch einen dran hängen aber da brauche ich die verbindung hier nicht schneller rausziehen hier aber nicht schnell genug das muss schon ein bisschen schneller gehen vielleicht muss ich dann doch noch ein import bus dran hängen ich weiß gar nicht ob ich noch genug kanäle frei habe das ist so die sache zack und zack und dann kommt hier noch ein servo dran der ist so recht langsam aber in welchen hilft er ein bisschen ne äh das äh das reicht nicht ok dann hau mal weg so ich hoffe ich habe noch genug kanäle frei ich weiß es nämlich echt nicht also ein import import ein import bus so import bus das celebration card ich glaube da passen vier rein oder import import ja vier stück eins zwei drei vier so so achso ich habe noch ein kabel zufällig noch ein kabel ja habe ich so komm ich da dran ich komme dran ich komme dran importiere einfach alles passt gut dann kann ich mir das da hinten dran schenken gut dann kann ich mir auch das da quasi schenken aber ist jetzt ja geil so steiner da einen hin da einen hin da einen hin und eigentlich muss er noch konfigurieren aber ist ja egal jetzt so noch mal kurz einen sicherheitsblick hier rein da scheint alles zu laufen genug oxygen ist da sehr schön laufen halt stückelweise aber es funktioniert gut hier wird es nicht schnell genug rausgepumpt aber das ist ja nicht tragisch denke ich ich denke nicht dass das tragisch sein wird so noch praktisch eine größere kiste dran aber ich denke das wird schon funktionieren ach man ich will jetzt immer das ding wegzupacken ich muss jetzt leider aufhören so komm äh ding weg so muss ich eigentlich schnell genug rausgepumpt das ist dann ja ok das ist die leitung dann unten aber das passt schon so äh das wollte ich auch noch machen genau vielleicht mache ich das gerade noch äh habe ich jetzt alles was ich machen wollte ach nein genau äh das 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 da dran also pro prozessor also der hier gemeinbar von jedem her dann brauche ich ich mein dich als ton so ok also du 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 und du ergibt das hier so weg programmieren so ach Mist du du nein nicht 64 einer einer ergibt den da genau und jetzt noch mit dir du ergibst den da du ergibst den da ok kann weg kann weg du kannst weg so was muss ich hier hin du 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 und du du sehr schön ok ok moment kann ich dann zufällig habe ich gar keine da elevator zufällig so zwei stück perfekt eine hierhin einer dahin und sehr schön hier runter will ich und dann natürlich nicht so das soll das einfach mal versuchen gleich da rein schmeißen natürlich das soll doch arbeiten das gerät so ok jetzt sagt erst mal tschüss weil ich muss aufhören okay dann danke fürs zuschauen und bis zum nächsten mal macht's gut und tschüss